Hallo zusammen, heute sprechen wir über die Brandmauer aller Parteien, insbesondere der Union, gegenüber der AfD und wie sie in Thüringen neulich zusammengebrochen ist. Was war der Fall? In Thüringen haben wir eine besondere Situation, nämlich eine Minderheitenregierung. Das heißt, die amtierende Regierung, bestehend aus den Linken, der SPD und den Grünen, hat keine Mehrheit im Landtag. Sie haben nicht mehr als 50% der Sitze, sondern sie haben weniger als 50% der Sitze. Und es gab keine andere Konstellation, in der eine Regierung zustande gekommen wäre, weil man sich nicht anders einigen konnte. Und deswegen gibt es eine geduldete Minderheitenregierung, ein besonderes Konzept, wenn die Opposition oder Teile der Opposition, in diesem Fall die Union, eben sagt, okay, wir dulden euch, wir könnten euch verhindern, aber wir dulden euch und dann könnt ihr eine Regierung sein, aber es besteht keine Garantie, dass ihr eure Gesetzesvorhaben durchführen könnt. Jede einzelne Sache muss neu mit uns verhandelt werden. Das ist die Situation in Thüringen und so hat es sich ergeben, dass wir eine geliebte Demokratie haben. Tatsächlich, was meine ich damit? In sehr seltenen Fällen kommt es vor, dass die Opposition wirklich Gestaltungsmacht hat in der Legislative. Ihr wisst, wir haben in Deutschland eine Gewaltentrennung. Das heißt, es wird die Legislative, Exekutive und Judikative voneinander getrennt. Aber in Wirklichkeit handelt es sich nur um eine lose Teilung in drei verschiedene Bereiche, keine Trennung der Macht. Denn, wie ihr vielleicht vom Bundestag wisst, wenn die Regierung etwas beschließt, dann peitscht sie es noch durch den Bundestag durch und fertig. Das heißt, die Exekutive, die höchste Exekutive, die Bundesregierung, entscheidet gleichzeitig über die höchste Legislative, den Bundestag. Wie funktioniert das? Ganz einfach, funktioniert über Fraktionszwang. Also man hat ja die Mehrheit im Bundestag, so konnte man die Regierung stellen. Die Regierung beschließt etwas und alle Abgeordneten tun genau das, was die Regierung vorgibt und stimmen genauso ab. Bis auf sehr, sehr seltene Ausnahmen. Es gibt ja keinen Fraktionszwang, sagt man. Aus dem Grundgesetz geht hervor, Artikel 38, dass jeder einzelne Abgeordnete Vertreter des ganzen deutschen Volkes ist und dass er an keinerlei Aufträge oder Weisungen gebunden, sondern nur seinem Gewissen unterworfen ist. Das gilt nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Ländern. In Thüringen in der Landesverfassung steht es fast wörtlich genauso beispielsweise. Und das ist eine Farce. Das ist einfach ein Witz. Da ist leider das Grundgesetz sein Papier nicht wert. Denn in der Praxis, genau das Gegenteil der Fall, man stimmt so, wie die eigene Regierung es vorgegeben hat. Ganz simpel. Das heißt, in diesem Fall, im Bundestag und auch in allen Ländern, in denen es keine Minderheit in der Regierung gibt, und das ist der Normalfall, fallen Exekutive und Legislative zusammen. Da gibt es keine Trennung und auch keine Teilung mehr. Und dann sagt man sogar bei besonderen Gesetzen, zum Beispiel wenn es um Sterbehilfe geht oder Ähnliches, da sagt man sogar, der Fraktionszwang ist aufgehoben. Jeder kann nun seinem Gewissen sich unterwerfen und nicht einen Fraktionszwang oder parteiintern querelen. Was selbst verfassungsfeindlich ist, weil das gilt eigentlich immer. Okay, so funktioniert das jedenfalls. In Thüringen funktioniert das eben nicht, weil es da eine Minderheitenregierung gibt. Und so hat die CDU gesagt, pass auf Leute, wir stellen ein eigenes Gesetz zur Debatte, Grundsteuersenkung. Ja, normalerweise sind Grundsteuersenkungen interessiert nicht die ganze Bundesrepublik so sehr, wie im Falle von Thüringen. Aber in diesem Fall ist es eben durchgekommen. Warum? Weil nicht nur CDU und FDP aus der Opposition haben zugestimmt, sondern auch AfD. Und zusammen waren sie eben stärker als die Regierungsparteien insgesamt es sind und konnten ein Gesetz gegen die Regierung verabschieden. Wir möchten gar nicht über das Gesetz sprechen, ob das gut ist oder schlecht, das spielt nämlich gar keine Rolle. Hier geht es nur darum, aha, die Brandmauer ist gefallen, die Empörung war groß. Ramelow, der Ministerpräsident, ist ausgerastet. Und Kommentare von der Bundespolitik gab es, die CDU in Thüringen kooperiert in der Legislative mit der AfD. Die Brandmauer, die Merz uns versprochen hatte, ist nichts wert. Und zunächst einmal, das stimmt, ehrlich gesagt sieht man hier wirklich, die Brandmauer so wie sie versprochen wurde, dass es gar keine Zusammenarbeit in der Legislative geben könnte, die ist tatsächlich nichts wert. Aber die Frage lautet natürlich, ist diese Brandmauer denn überhaupt erstrebenswert? Ist das ein vernünftiges Konzept gewesen, dass wir sagen, wir möchten nie so abstimmen wie die AfD. Egal was die AfD selber einbringt in den Landtag oder den Bundestag, wir sind dagegen. Nicht weil wir inhaltlich dagegen sind, sondern weil wir gegen die AfD sind. Ist das vernünftig? Ist das im Interesse der Vertretung des ganzen Volkes? Erste Frage. Zweite Frage, in diesem Fall in Thüringen ist ja noch schlimmer. In diesem Fall ist es ja so, die Opposition hat die seltene Gestaltungsmacht, die seltenen Fall von gelebter Demokratie und tatsächlicher Gewaltentrennung. Und dann soll sie aber ihre eigenen Gesetze gar nicht erst vorschlagen. Sie hätte die Macht dazu, sie kann gestalten, aber sie soll sie nicht einbringen, denn es besteht ja immer die Gefahr, dass die AfD zustimmt. Und dann kriegen wir das Gesetz zwar durch, wir erfüllen es, wir können die Politik so betreiben, wie wir es eigentlich wollen, obwohl wir in der Opposition sind, besondere Situation, dürfen wir aber aus moralischen Gründen nicht, denn es gibt ja die Brandmauer gegen die AfD. Das ist noch ein stärkerer Fall als den ersten, den ich gerade beschrieben habe. Ist das angemessen? Ist das vernünftig, aufgrund machtpolitischer Erwägungen ganz offiziell gegen die eigene Politik, gegen die eigene Politik fürs Volk, Sachpolitik zu handeln? Aus meiner Sicht nein. Das ist kein vernünftiger Umgang mit einer Partei, die man selbst als extremistisch und gefährlich ansieht. Man muss nun so sagen, wenn es eine Partei gibt im Bundestag oder in den Landtagen, die nun mal einen wirklich relevanten, in manchen Teilen, wir werden es im nächsten Jahr im Ostdeutschland wohl sehen, sogar höchsten Stimmanteil hat, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder diese Partei ist tatsächlich hochgefährlich, verfassungsfeindlich und wird uns ins Chaos stürzen und wird uns einen dritten Weltkrieg geben und den werden wir wieder verlieren. Dann muss man sie verbieten. Wenn das wirklich so ist und das bewiesen ist, dann muss man sie verbieten. Das geht nicht anders. Oder zweite Option, man verbietet sie nicht, weil sie diese Kriterien nicht erfüllt. Dann kann man nicht einfach gegen alle Gesetze sein und eigene Gesetze nicht einbringen, nur weil die AfD entweder von der AfD kommen oder in diesem Fall, weil die AfD zustimmen könnte. Das ist komplett inakzeptabel, weil damit macht man ja aktiv Politik gegen das eigene Volk. Also die Idee der Brandmauer ist aus meiner Sicht Schwachsinn und abgesehen davon ist sie auch nicht ehrlich, nicht mal in Thüringen. Auch in Thüringen hat die Regierung die Stimmen der AfD gebraucht in einem bestimmten Ausschuss. Und sowas hatten wir mehrfach, dass sich SPD und Grüne wahnsinnig aufregen. Und wenn man dann recherchiert, merkt man, Moment mal, ihr habt vorher doch auch schon mit Hilfe der Stimmen von AfD irgendwelche kleineren Beschlüsse, Ausschüsse oder ähnliches durchgebracht. Das zum Ersten. Das Zweite ist, ist diese Idee der Brandmauer denn überhaupt tragfähig? Ist das denn realistisch, dass man sie durchbringt? Aus meiner Sicht ebenfalls nein. Also weder ist sie moralisch gut, noch ist sie tragfähig, denn lassen wir uns mal realistisch sein. Die Macht ist hier das Entscheidende. Und aktuell scheint es so, dass die CDU am Wackeln ist und bröckeln ist. Sie dachten bisher, es ist eine sehr gute Idee im Sinne der Machterhaltung, wenn wir was von einer Brandmauer faseln und wenn wir dann Appeasement machen gegenüber CDU, gegenüber SPD und Grünen, vor allem die Grünen fordern das ja sehr heftig, aber wenn die AfD immer stärker wird, welchen Bestand kann dann eine Brandmauer haben? Und zwar nicht nur von der Union, sondern auch von den anderen Parteien. Sie wird wegbröckeln. Sagen wir es ganz klar, je stärker die Macht wird, desto mehr wird man sich mit der Realität arrangieren und wird dann zusammenkommen und sagen, okay, funktioniert nicht. Wir lassen das mit der Aufteilung. Und dann mit der Brandmauer, meine ich. Diese Brandmauer wirklich eine Idee, mit der man das Volk zum Narren hält. Und wir lassen uns ja auch zum Narren halten. Vor allem die Unionswähler. Aber dann noch ein Punkt. Was ist denn jetzt eigentlich mit der AfD? Sollte man denn entweder Richtung Verbot oder Richtung, wir müssen versuchen, wie wir sie eindämmen können. Und wir haben ja so viele verschiedene Ideen jetzt von Eindämmung gesehen, ob nun Behandlung in Talkshows oder ob öffentliche Kampagnen gegen AfD oder sogar gegen Freie Wähler, habt ihr gesehen. Der Effekt ist immer derselbe. Der Effekt ist, die Umfragewerte steigen. Das ist der Effekt von medialen und Regierungskampagnen gegen die rechte Opposition. Und jetzt muss ich mich doch fragen, wie sieht es denn eigentlich aus mit der AfD? Ist das denn berechtigt, dass so eine Panik besteht? Zunächst einmal weite Teile von dem, was sie sagen. Es geheuchelt, habe ich euch gerade ausgeführt. Aber es bleibt trotzdem offen gesagt ein ungutes Gefühl. Ich habe euch damals ein Video gemacht, warum ich die AfD gerne wählen würde, aber nicht wählen kann. Das Video bleibt völlig unverändert bestehen. Alle Argumente sind auch heute noch gültig. Die AfD hat sich in diesem Punkt offiziell nicht bewegt. Habe ich euch oben verlinkt, das Video. Es gibt in der AfD nun, insbesondere was das Thema Islam und Trennung von Migrationskritik und Islamkritik betrifft, gibt es inzwischen stärkere Strömungen. Ich habe sie euch in einem Interview, in einem der letzten Videos mit Dr. Till Schneider, habe ich sie euch nahegelegt. Ich habe euch ihn aussprechen lassen. Ich habe euch gezeigt, was seine Positionen sind. Und ich erwarte natürlich von dem politisch aufmerksamen Zuschauer, der ihr ja seid, sonst würde die Jagd zu Arum nicht schauen, dass seine Aussagen nicht etwa mit meiner eigenen Positionen verwechselt werden. Es ist natürlich ein Gespräch in einem Interviewformat gewesen, aber das habt ihr sicherlich bemerkt und deutlich keine falschen Schlüsse gezogen. Es bleibt trotzdem dabei, dass ihre offiziellen Positionen nun mal die sind, die sie sind, selbst wenn sie intern versuchen, daran zu arbeiten. Und unabhängig vom Thema Islam und ihrer absurden Ansicht dazu, merken wir, dass Migrationskritik gerade Mainstream wird. Gerade in den letzten Tagen habt ihr sogar von Habeck, von den Grünen gesagt, wir brauchen weniger Migration, wir müssen Einschränkungen machen, wir müssen sogar vielleicht Grenzkontrollen gegen Polen einführen, hatte Scholz gesagt, an der polnischen Grenze einführen. Es geht so nicht mehr weiter. Ja, also Sie sehen, Sie haben Angst bekommen vor der AfD, nicht vor den Zuständen, macht euch da keine Illusionen. Es liegt nicht an den Zuständen im Land, dass die Politik sich in Worten, nur in Worten bisher, bewegt, sondern es liegt an der Angst vor Machtverlust. Das ist der einzige Punkt. Nur darum geht es aktuell. Deswegen kann ich jemanden wie Scholz und Habeck auch nicht glauben, wenn sie sagen, wir wollen jetzt eine Umkehr. Ihr müsst euch ja eine 180-Grad-Drehung machen. Macht ihr das wirklich? Glaube ich euch nicht. Also das ist der Punkt. Migrationskritik wird nun angegangen, auch von anderen Parteien in Worten, aber ich kann das nicht Ihnen glauben. Genauso wenig weiß ich allerdings, dass die AfD es wirklich anders machen würde. Ja, wir haben nun mal rechte Parteien in Europa gesehen, die konnten gar nichts ändern an der Migration. Sehe Italien. Große Töne gespuckt vor der Wahl, dann wurde man gewählt und dann bettelt man bei Ursula von der Leyen, dass sie einem doch bitte auf Lampedusa irgendwie helfe. Das ist auch möglich, dass das mit der AfD passiert. Aber dann gibt es noch dieses ungute Gefühl, dieses ungute Gefühl, was sich vor allem manifestiert bei jemanden wie Beatrix von Storch oder Matthias Helferich im Bundestag, die oft gute Sachen sagen und zutreffende Sachen sagen und die das dann gleichzeitig mischen mit einer Häme gegenüber Menschen, Häme gegenüber Ausländer, Assoziationen von Schießbefehl gegen Flüchtlinge, was Beatrix von Storch gemacht hat, sich lustig machen über andere Kulturen, was Helferich tut und dann denkt man, das ist dann doch wiederum viel zu viel. Will ich wirklich, dass diese Leute an der Macht sind? So, das ist das Spannungsverhältnis, in dem wir sind und einen Teil dieser Seite, die ihr vielleicht nicht so gut kanntet, habe ich euch in dem Interview gezeigt. Insgesamt bleibt die Situation für mich, was die AfD und AfD möglicherweise wählen zu können, leider nach wie vor unverändert. Gleichzeitig sehe ich aber auch, wie es hier einen großen Shift gibt und wir werden sehen, ob dieser Plan, die AfD einzudämmen, indem man einfach nur Worte spricht, wie Habeck und Scholz gerade gegen Ausufernde Migration, ob das funktionieren wird. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wir werden sehen, freue mich auf eure Kommentare, bis zum nächsten Video. Ciao.